Hallihullaluele, jetzt rufst du Sacred. Erster Element geholt, weiter geht's. Komm du Hau noch. Ich geh mal noch mal zum Schmied. Und Schmiede um. Von Verteidigung auf Resistenzen. Gucken wie viel das bringt. Ich muss hier ins Feuer, unten links Hopferkarte, Alamente des Feuers holen, und ich hab nur sehr wenig Resistenz gegen Feuer, sehr sehr wenig. Deswegen machen sie wohl auch so viel Schaden an mir. Jaaah! Bauernkeule. So, hier. Wo ist die schon da unten hin? Ja, ne? Ich will erst noch mit... Oh. Jetzt zeig ich da gar nichts an. Ach, wenn ich noch hier wahrscheinlich drin bin. Ja, nicht nur für Bildkarte. Das kann sein. Ich gehe da runter. Hä? Was war das jetzt wieder für den Bug? Meine Frisse, ne? So, Feuer, ne? Ja, Feuer. Alles klar. Einmal noch Porto Volum. Ja, da gehe ich gerne hin. Das ist gut zu erreichen. Und die Händler sind nicht so weit entfernt. Oder der Schmied. Kombomeister. Alles gut in die Nähe. Dann soll ich hier schon... Dann soll ich noch mal angucken, was das bringt. Und... Wie für Resistenzen. Porto Volum. Leute, ihr nervt. Jetzt werden wir sehen, ob ihr ein ebenbürtiger Gegner seid. So, jetzt mal gucken. Ich habe jetzt Resistenz. Ja, Feuer, nur 64. Das ist ein bisschen wenig. Aber was brauchst du denn so lange da? Mein Gott. Hm? Du auch noch einen? Ja, bin ich. Okay. Ähm... Russi? Hä? Ich habe gesagt Russi? Was sind der? Schultern. Das ist hin. Hä? Das ist halt eben so. Hä? Geht doch. Warum macht das nicht? Mann, 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 Mann. So. Ich lau mal jetzt. 58. Weniger als vorher. Hä? Alter, find's scheiß. Ey, das ist jetzt... totaler Müll. Was soll der Mist? Gibt es weniger Resistenz als vorher? Wie, ja. Nicht ja. 58 Feuer. Äh, hier. Ach, mir ist wieder löschen. Ja, ja. Äh, wer knabbert mich da an? So, mehr Resistenz. Mit Verteidigung. 64 Feuer. Auch nicht schlecht. Boah, du nervst. So. Was, wenn man da achten Schwert. Nee. Nee, 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 nee. Ey, da ist der Müll. Da ist doch echt... Mann, 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 Mann. Auf alle Resistenz sind es 5% deswegen, wurde. Ich hab auch so 86% gehabt. Na, ist egal. Egal. Also lass mal Verteidigung. Warum muss ich so ins Feuer gehen? Oh, wir haben ja noch Zeit. Ah, 2,55, 38 bis 62. Alter Mist. wir haben noch Zeit ich nehme mir immer drei Folgen am Stück auf, das ist hier die letzte Folge die dritte Folge danach werde ich mir noch ein bisschen offscreen machen also die Runde, wenn ich nächstes Mal nicht im Feuer stehe äh nein nein, verkehrt äh in der Falle Urguck, genau also nicht wundern ich werde wohl dann Feuer durchmachen und oben jetzt zu Klosterfestival gehen ist zumindest der Plan, den ich im Moment so hab Mentor Tränke reinhauen, bis ich mir jetzt im Hals rauskomme und wohl die Eisriesen dann kloppen ja, ich klopp mir ein paar Eisriesen nicht, was ihr schon mal denkt zum Händler wollte ich nicht machen über 300 Schaden meine Frise äh wahrscheinlich hält sie jetzt auch in Grenzen oder macht er auch, ne nur Verteidigung, äh Angriff und Verteidigung Resistenz nicht Resistenz nicht habe ich eigentlich davon für ein Skill? weiß ich gar nicht für Resistenz erhöhen Kriegsschreie nicht also Schlag ist auch nicht und Umschlag, Attacke, Kriegsrausch nein Söhnere Gegendstände finden ach muss nicht sein kann man machen ja Reduktion eigener Verteidigung auch noch hier wäre Resistenz ein Zwergenpanzer habe ich nur auf 1 da würde er auf Feuer hochgehen 1,35 probiere ich mal aus jetzt habe ich ja Feuer 62, ne 64 204 oh, ja schön dann mach ich die noch an äh hab ich hier erlaubt da rein zu gehen da gibt es nicht so was kann ich doch gleich so hingehen Länge hält das aber überhaupt an dauert 45 Sekunden oh, schön das ist cool ma was ist los mit dem Häuser der macht Sachen was ich nicht machen soll ich glaube er hat erst eingefunden von Zwergenpanzer schade das ist schon einiges ja, ich bin auch gleich nicht da so, hier 215 210 geht doch äh falsch hier da hoch da weiter hoch hat schon was was gebracht naja, kann ich nicht na wir warten bis er ausläuft dann kann ich erst neu machen so, ihr wisst aber was jetzt kommt ne keine Pause nein sondern der Feuerdrache die muss man ja auch erlegen die einzigsten beiden Drachen in der Wüste in der Wüste der und zieler Feuerdrache da kommt mir nichts dran vorbei so, ihr wisst und stimmst wir sind immer so Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Taf. Post. auch schon fast down ja wahrscheinlich zweimal noch den machen wir noch fällig das element holen ist das auch schon durch ach, ist schon dauernd ja machen wir natürlich mal dolce perfekte rüstung natürlich nicht für uns für vampiren 631 meiner hat ok 640 perfekt ist die auch nicht ok ich möchte jetzt aufs gewinn noch das feuer element holen ich möchte wohl zur größten feste gehen gucken wir was da jetzt kommt die nächsten 3 tage mal gucken also wir sehen uns in der nächsten folge von Zerkurt bis dahin tschö mit Öl wir sehen uns im im Video wir sehen uns im Vielen Dank.